Inge in Thürich Man kann mit Filmen alles und macht gute Fotos. Aber da braucht man Zeit zum Lernen. Ja, aber ist schön. Ja, aber ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht so gut. Ich bin so gut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist doch ein Moment. Kann das doch nicht schaffen, oder? Ich kann es nicht nur... Naja. Ich bin hier im Morgen. Ich bin hier im Moment. Ich bin hier im Moment. Das ist sowas. Ja, da kommt noch ganz. Nein, da kann ich auch nicht so schwer. Du sagst mal hier. Ja, ist das. Ist das schon mal? Ja. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Jetzt geht es schon mal. Ich bin mir so jetzt mal zu. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Wie schön ich bin. Ja. Ja. Das ist schön. Ja, das ist schön. Ja. 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 Von der fluchhaften Ebene. Warte doch mal noch mal eine Minute. Na, schön angekommen hier. Super alles gefunden. Das ist so fein. Das ist so fein. Das ist so fein. Ja. Ja. Das ist auch schon so. Ja. 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 Die Kirche Das war's für heute. Wir sind hier ein paar Mal. Endlich. 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 Moment, ich werde mal auf die Kuh. Ich bin an viele. Das ist ja schön, mit den... Ja. Wo soll ich kommen? Das ist ja schön. Oh, das ist kein Problem. Ja. Das ist ja schön. Oh, das ist ja schön. Sehr gut. Das war halt genau, wo die Kärche aus war. Wie die alle gerissen haben, die es am Morgen wurde ausgesucht. Kalt, ne? Okay. Oh, Michael. Für mich ist der ganze Urlaub im Nerf mit deiner Kamera, ne? Ja, wofür haben wir denn eine Kuh? Ich seh ja sowas von Scheiße aus. Dann kommst du dann doch mit deiner Linse. Okay. 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 Wir machen. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020